Du spielst mit dem Gedanken, in Immobilien zu investieren? Im Jahr 2023 hat sich einiges verändert. Ich bin Avlani und seit 15 Jahren begleiten wir private Anleger zu ihrem Immobilienglück. Auf den Events deiner Nähe haben wir aktuell das Thema Investieren und Krisenzeiten. Wir werden also gemeinsam in die Vergangenheit reisen und schauen, was du in deiner Zukunft erwarten könntest. In einer gemütlichen Atmosphäre bei einem leckeren Kaffee triffst du dich mit Gleichgesinnten und erfährst, was du bei der nächsten Investitionsentscheidung unbedingt beachten solltest. Wenn du bei einem Event warst oder vorhast, bei dem nächsten Event mit dabei zu sein, komm doch direkt in unsere WhatsApp-Community. Denn dort triffst du auf Kollegen und Gleichgesinnte, dass kaum abwarten können, deine Fragen zu beantworten. Melde dich also sofort an. Ich freue mich auf dich.